Das Schneideln der Kopfweiden auf der Streuobstwiese Kirchberg bei Fürste Heute waren die Kopfweiden auf der Streuobstwiese Kirchberg wieder in der Reihe. Frau Sandra Stürmer, Herr Siegfried Lange, Herr Fritz Ahrens, Michael Schulte, Erbse und ich sind in der Früh zu diesem NABU-Grundstück aufgebrochen, um den Baumbestand zu pflegen. Was machst du da jetzt gerade? Ich habe die Kette ein bisschen, hier ist eine Schraube drin, ich habe die Kette ein bisschen strammer gestellt. Die muss so ein bisschen Spiel haben hier. Man kann die strammer stellen oder weiter stellen. Wenn du ein paar Minuten geschnitten hast, dann wird die immer weiter. Dann muss man sie nachstellen und ein bisschen strammer wieder stellen. Es war im Gegensatz zum Arbeitseinsatz am Tag zuvor wirklich klamm. Und obwohl auch dieses Grundstück Südlager hat, konnte die Sonne lange Zeit ihre Kraft nicht entfalten. Da wir hier aber auch eine wirklich anstrengende Arbeit zu verrichten hatten, war dies vielleicht sogar einer der angenehmeren Aspekte beim Zurückschneiden der Bäume. Diesen Arbeitseinsatz fand ich persönlich super, denn als ich vor rund einem Jahr im Rahmen eines 1-Euro-Jobs begonnen habe, für den NABU kleine Filme in einem extra für diesen gestalteten Schemmel zu kreieren, war ein Schneideln der Kopfweiden einer der ersten Beiträge für den Naturschutzbund Osterode. Der 1-Euro-Job ist lange vorbei, aber im NABU bin ich noch immer aktiv. Für mich schließt sich jeder Kreis ein wenig, aber ich hoffe, dass ich noch viele abwechslungsreiche Filme für die Ortsgruppe Osterode erstellen darf. In diesem Jahr sind fast alle Aktionen unseres ersten Vorsitzenden, des Herrn Wolfgang Rackow, nicht dokumentiert worden. Und dies, obwohl gerade die Fledermaus-Experten des NABU Osterode weit über Niedersachsen hinaus anerkannt sind. Aber was die Zukunft bringt, das wird sich zeigen. Hier gibt es nun erst einmal eine Erläuterung von Herrn Siegfried Lange zu unserer heutigen Aktion. Wir sind heute hier auf der Streuobstwiese am Kirchberg bei Osterode und schneideln Kopfweiden. In der Zeit ab 1. Oktober bis 28. November darf man in der freien Natur Büsche und Bäume zurückschneiden. In der übrigen Zeit, während der Vegetationszeit, ist das nicht erlaubt. Daran halten wir uns natürlich. Wir haben hier, als wir die Streuobstwiese angelegt haben, ringsum einen Zaun aufgebaut und haben die Pfähle dafür aus Ästen von Kopfweiden gewonnen. Das sind hier diese Pfähle, die sich inzwischen selbst zu Bäumen entwickelt haben. Inzwischen ist der Zaun entfernt worden. Er hat zwölf Jahre hier gestanden, zum Schutz der Obstbäume gegen Wildverbiss. Nun wird der Zaun nicht mehr benötigt. Aber wir haben noch einige Weiden stehen gelassen, als landschaftsprägende Elemente und als Lebensraum für allerlei Tiere. Neben der Eiche ist die Weide der Baum mit den meisten Tieren, die in ihr leben und von der Weide mehr oder weniger abhängig sind. Ansonsten muss die Hecke hier und da auch mal zurückgeschnitten werden. Wir nennen das dann auf den Stock setzen. Das heißt, einzelne Büsche werden über der Erde, kurz über der Erde abgeschnitten, damit sie frisch wieder neu austreiben können. Würde man sie wachsen, würde es ein Wald geben und unten würde er dann verkahlen, damit die Hecke einen Windschutz bietet und immer wieder dicht wird, dicht wachsen kann, müssen einzelne Bäume und Sträucher dann zurückgenommen werden. Einzelne Bäume lässt man als sogenannte Überhälter stehen. Die stehen dann über der Hecke. Als Ansatz zum Beispiel für Greifvögel sind die sehr gut geeignet. Erwähnen möchte ich aber noch, dass wir bei unserem Arbeitseinsatz Besuch aus Australien erhalten haben. Dazu mache ich aber noch einen eigenen kleinen Beitrag. Aber ich möchte dies auch in diesem Film erwähnen, denn es gehört zu dem heutigen Geschehen auf der Streuobstwiese Kirchberg. Es ist toll, erleben zu dürfen, dass sich die Menschen an der Arbeit der Hege und Pflege der NABU-Schutzgebiete erfreuen. Okay, dann nehme ich den Kanister mit und dann können wir so langsam Richtung Auto dackeln. Dann kann die Sonne die restlichen Äppel noch erwärmen und mit Geschmack versorgen. Das ist brav, das ist lieb von der Sonne. Hoffentlich macht ihr das. NABU-Osterode e.V. Abgunst 1 37520 Osterode am Harz Sparkasse Osterode Bankleitzahl 263 51015 Kontonummer 804 99 904 904